Hallo, ich bin aktuell Platz 1064 der Xbox FIFA 12 Weltrangliste und zeige euch mal eins meiner schönsten Tore, die ich erzählt habe. Es ist erzählt mit Cristiano Ronaldo von Portugal bzw. von der portugischen Nationalmannschaft und seht selbst. Ich zeige es auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Das war's.